Podcast Sounds. Neues aus den Studios von B&B Medien. Kriminelle nutzen hier natürlich zuallererst die Unsicherheit und auch die Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung aus. Sie versprechen also hier in E-Mails und auf Webseiten aktuelle und korrekte Informationen zu einem Thema, das sehr viele Menschen eben auch persönlich betrifft. Und so werden Menschen eben in die Falle gelockt. Das Gleiche gilt generell immer, wenn jemand mit einem Informationsvorsprung lockt, dann ist die Chance sehr groß, dass diese Person dann auch gehört wird. Was passiert denn, wenn ich jetzt so eine fingierte Seite besuche? Es gibt mehrere Möglichkeiten, was passieren kann, wenn jemand tatsächlich eine solche fingierte Webseite besucht. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Spionagesoftware versucht, die Passwörter auszulesen, die zum Beispiel im Browser gespeichert sind. Eine weitere Möglichkeit, die wir auch schon beobachten konnten, ist, dass eine Ransomware unbemerkt heruntergeladen wird, die im Hintergrund dann sämtliche Dateien auf dem Rechner verschlüsselt. Am Ende bekommt der Benutzer eben dann eine Nachricht angezeigt, die sinngemäß sagt, hallo, ich bin der Coronavirus, deine Daten sind jetzt verschlüsselt. Und wenn du die Dateien entschlüsselt haben möchtest, dann kostet dich das einen gewissen Geldbetrag. Woran erkenne ich denn in der Regel eine so manipulierte Seite? Eine solche fingierte Webseite zu erkennen, ist tatsächlich relativ schwierig. Denn in vielen Fällen werden tatsächlich echte Daten kopiert, die aus einer legitimen Quelle stammen. Und diese Daten werden dann eben mit einer Schadsoftware zusammen ausgeliefert. Was das Ganze ebenfalls schwierig macht, ist, dass auch die Namen von Ministerien oder bestimmten Forschungsinstituten mitverwendet werden, um der eigenen Webseite eben mehr Gewicht zu verleihen und Menschen davon zu überzeugen, auf diese Seiten drauf zu gehen. Gibt es denn Schutzprogramme, wenn ich jetzt doch auf eine solche Seite hereingefallen bin? Natürlich gibt es Programme, die eine Infektion wirksam verhindern können. Aber genauso wie bei einer Impfung muss auch diese Software vorher installiert sein, bevor das System einer entsprechenden Schadsoftware ausgesetzt ist. Sonst hilft alle Impfungen und aller Schutz nichts. Werden denn mittlerweile auch schädliche E-Mails verschickt, die das Coronavirus zum Inhalt haben? Ja, sowas konnten wir mittlerweile auch beobachten. In einem Fall war es tatsächlich so, dass ein vermeintliches Word-Dokument an eine E-Mail angehängt war. Und diese E-Mail kam vermeintlich von einer Bank, die ihren Kunden Informationen eben über die Corona-Pandemie eben geben wollte. Geht es da nur um E-Mails oder sind auch die sozialen Medien von solchen Falschmeldungen betroffen? Was ebenfalls ganz massiv momentan kursiert, sind ganz einfache Falschmeldungen oder Fake News, die auf sozialen Medien und auch teilweise per WhatsApp verbreitet werden, wo auch tatsächlich schon Ministerien einschreiten mussten und ein öffentliches Statement herausgegeben haben, das ganz eindeutig gesagt hat, Leute, diese Information stimmt so definitiv nicht. Denken Sie, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese E-Mails dann auch auf Deutsch angepasst werden? Die Ereignisse in dem Fall überschlagen sich tatsächlich. Ich habe jetzt in diesem Moment noch keine Informationen darüber gesehen. Das kann aber schon in einer halben Stunde ganz anders aussehen. Aber grundsätzlich gilt, je mehr Sprecher eine Sprache hat, desto lohnenswerter ist es für Kriminelle, auch in dieser Sprache eben E-Mails zu versenden. Gibt es eine Möglichkeit, wie man die Zustellung solcher Mails von vornherein verhindern kann? Eine Möglichkeit, solche E-Mails direkt von vornherein abzufangen, besteht zum Beispiel darin, eine Schutzsoftware zu installieren, die einen Mailfilter mit dabei hat. So können dann gleich Anhänge rausgefiltert werden, die bekannt dafür sind, Schadsoftware zu enthalten. Und das Gleiche gilt auch für Mails mit irgendwelchen Links, die in der Vergangenheit auch schon auffällig geworden sind, dadurch, dass sie zu einer Schadsoftware führen. Welchen Zweck haben denn diese Mails bzw. was können die auf meinem PC anrichten? Die möglichen Konsequenzen sind relativ vielfältig. Das reicht vom Abgreifen von Zugangsdaten, die in einem Browser gespeichert sind, bis hin zum Phishing, wo ich auf eine Webseite geleitet werde, wo ich zum Beispiel Anmeldedaten für mein Bankkonto oder für mein E-Mail-Postfach oder sonst was angeben soll, bis hin eben zur Installation von Ransomware, die meine Dateien komplett alle verschlüsselt und für diese Dateien dann ein Lösegeld verlangt. Kann auch mein Smartphone betroffen sein? Auf diesem Wege auch ein Smartphone zu infizieren, ist natürlich technisch möglich, habe ich aber bis jetzt in der Praxis noch nicht gesehen. Ist Deutschland eigentlich besonders interessant für Cyberkriminelle? Einen speziellen Fokus gerade auf Deutschland sehe ich jetzt hier in diesem Fall nicht. Grundsätzlich sind aber für Kriminelle alle Ereignisse irgendwo interessant, die viele Menschen betreffen und wo viele Menschen auch ein Interesse haben. Und in diesem Fall ist es jetzt die Corona-Pandemie. In anderen Fällen ist es vielleicht ein bestimmter Feiertag oder der Tod einer Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, wo immer viele Menschen Anteil nehmen, da gibt es auch eine Möglichkeit, Menschen neugierig zu machen und auf entsprechende Webseiten zu locken. Okay, können Sie noch mal kurz zusammenfassen, worauf ich jetzt besonders achten sollte, sei es im Web oder bei meinen Mails oder auch auf dem Smartphone? Gerade im Moment ist es wichtig, sich Informationen nur aus den offiziellen Quellen zu holen und immer dann skeptisch zu werden, wenn jemand darauf drängt, sofort einen bestimmten Dateianhang zu öffnen oder wenn Informationen verbreitet werden, bei denen keine Quellenangabe dabei steht. Zudem sollte auch jeder zu jeder Zeit, unabhängig auch von der Corona-Pandemie, immer eine Schutzsoftware auf seinem Smartphone, auf seinem Tablet, auf seinem Laptop oder auf seinem Desktop-Rechner installiert haben. Vielen Dank, Herr Berghoff. Weitere Informationen, wie Sie sich vor Schadprogrammen schützen können, finden Sie unter gdata.de.